Hallo ihr Lieben, Entschuldigung, verschluckt, ähm, wieder der Adventskalender von der Ute und von der Dusi. Und heute fangen wir mit den von der Ute an. Schaut mal und hört mal. Hm, was haben wir denn da? Ein Pastika mit Merry X-Maze oder Christmas. Ich weiß immer gar nicht, X-Maze oder Christmas. Drei Lügen. Cool, Dankeschön. Und türkisfarmen Glöckchen. Und dann haben wir das von der Lucy. Ich glaube, hier oben ist bestimmt wieder ein Knoten. Ja, aber ich habe schon, das ist aufgegangen. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Ich habe das vorsichtig weggenommen. Ui, was haben wir hier? Eine Duschcreme. Ui, cool. Ich bin nur für kurze Zeit erhältlich. Cool, Dankeschön. Und das war auch schon der dritte Teil. Tschüss.